Die Wälder, die ihn nahm, nahm schwer zu leben. Aber Yennefer und die Wälder haben es geschafft. Der wunderschönster Mann, der sich selbst herausstellte, nicht Mensch, sondern Elf, und ein Elven-Sage. Abelach, für das war sein Name, war der Elven-Mage, der sich helfen würde Ciri fliehen, und dann hat sie weggebracht, auf der Isle des Mists. Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Contross Gaming. Ich bin Gerhard von Riva, gelernter Fitness-Experte. Nein, eigentlich wollte ich sagen, dass ich hier beteiligt bin an dieser Arena und da 20 Kronen von den Eintrittserlösen bekommen habe. Mächtig. So, Waffenbrüder Skellige wollen wir erledigen. Ihr seht hier nur noch hochstufige Quests ansonsten übrig. Ja, und die Statuette des Soldaten. Dazu müssen wir irgendwann mal Triss wieder treffen. Und die Nebelinsel. Auch Stufe 22. Also muss das irgendwie noch weiter vorne im Spiel sein, als die anderen Quests. Mit Moistak wollen wir tatsächlich zuerst reden. Und dazu nehmen wir uns hier mal so eine Art Wegweiser, wenn ich denn einen finde. Irgendwo hier am Ortseingang müsste sich einer befinden. Da links. So, und dann reisen wir einfach zum, ähm, Druidenhain. Ist das ein Druidenhain? Ich habe mich verlaufen. Hier müssen wir hin. Da. Nach, äh, Geddeneth. Ähm, ähm, oder so. So, dann schauen wir mal. Wo ist er denn, der Gute? Hoffentlich hat er sich hier nicht irgendwo eingebuddelt. Ah, doch hat er. Na, der Eingang ist, glaube ich, hier drüben zu sein. Wo sind Dingsbums? Ja. Hier. Ist das der Richtige? Nope. Bewegt er sich? Keine Ahnung. Hier ist noch ein Eingang. Der müsste es sein. Ja, da ist er. Moisak. Sag mal, äh, wir haben dir doch und so. Willst du mir sprechen? Was denken die Druidenhainer von Skellagars neuen Rulern? Auf großem Blut ist guter Blut. Aber Ceres ist die erste Frau, die zu regeln. Ever. Nicht alle sind glücklich. Es gibt sieben Klans in Skellagars. Einer würde einen König aus ihrer eigenen Lange. Aber Ceres wird es machen. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalmar. Sie denkt erst, dann macht es. Mit Krach als ihrem Vorsitzender, hat sie jede Chance, um eine gute Freundin zu sein. Na, das höre ich doch gerne. Jan und ich ging nach Hindersfjall. Oh? Du hast nichts gelernt? Ciri kam durch Laufatön. Sie wurde verletzt, wenn sie gekommen sind. Die Villager hat sie zurückgezogen. Die Wild Hunt war auf der Weg. Sie hat sie da. Sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Ich weiß. Sie hat es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es gesagt, Sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Ich hoffe, Sie finden sie bald. Ja, ich hoffe auch, dass wir sie bald finden. Mal gucken. Wird er uns helfen? Ich bin mir da unsicher. Wahrscheinlich, ja nicht. Wahrscheinlich kann er hier nicht weg. Die Wild Hunt? Sind Sie sicher? Also, Sie haben Syri gefunden? Ich weiß, wo sie ist. Und die Wild Hunt wird auch das lernen, als ich sie finden kann. Ich sehe. Ich werde sofort packen. Ich lasse morgen am nächsten Tag. Danke. Nein, du brauchst. Ich habe die Mädchen und ich habe noch eine Arbeit für sie. Ich werde dich in Kaer Morhen sehen. Ja gut. Perfekt. Ah, Entschuldigung. Da habe ich mich verschluckt. Gut. So, dann schauen wir mal. Als nächstes sollen wir, glaube ich, zur Burg Kertrolde. Mit wem wir da zuerst reden, ist eigentlich komplett egal. Seres ist ein bisschen dichter dran. Ich würde sagen, nach Kertrolde reiten wir. Das ist eigentlich voll weit weg, oder? Ah, ich habe Bock hier nochmal ein bisschen über Skellige zu reiten. Auch wenn es jetzt gerade... Ja, das bin ich. Ähm, auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen dunkel wird. Würde ich sagen, reiten wir nochmal über Skellige. Weil es hier schön ist. Ich meine, wir müssen ja auch nicht langsam reiten. Aber hier einfach nochmal lang reiten, so schön. Ah, ich mag das Skellige. Uh. So, hier hätten wir abbiegen müssen, Klötze. Ja, rede ich einfach falsch rum. Ist voll okay. Ja, hier haben wir ein paar Harpien. Die hier, weiß ich nicht was machen. Wohnen. Aber Geralt hält es nicht mal für nötig, das Schwert zu ziehen. Also deswegen macht er aber auch irgendwas. Weiß ich nicht was. Ja, Klötze Navi gewohnt zuverlässig. Einfach. Äh, ganz ehrlich. Ja, aber warum sind wir da nicht einfach... Ah, Mann. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warum wir da querfeld einreiten mussten, anstatt den Weg zu nehmen. Aber Hauptsache wir kommen an. Niemals. Superschön hier mit den Bergen auf jeden Fall. Reiten wir gerade in falsche Richtung, hätten wir abbiegen müssen irgendwo. Oder hat Plötze Navi sich irgendwie zwischendurch unentschieden, dass wir doch in die falsche Richtung reiten. Keine Ahnung. Habe ich da nicht aufgepasst? Haben wir eine Abzweigung verpasst? Ne. Jetzt zeigt sie mich wieder in die andere Richtung. Oh, ganz ehrlich. Dieses Ding, ey. Oh. Ja. Das kotzt mich so an. So, wir reiten jetzt ja also einfach gerade durch den Ort durch. Egal was Plötze Navi jetzt anzeigt. Wir bleiben ein bisschen auf der Straße, weil sie uns einfach in die richtige Richtung führt. Zumindest so halbwegs. Und dann schauen wir mal ob wir nach dem Dorf links abbiegen können oder sowas. Ja. Offensichtlich sollen wir hier irgendwie um diese Berge außen rum. Weil wenn es nach Plötze Navi geht. Ich schaue mal auf die Karte. Ach, das sind wieder diese Berge. Ja. Da hätten wir tatsächlich südlich lang reiten müssen. Also Plötze Navi hat uns hier super geil einfach in die Irre geleitet wieder. Gut gemacht. Ach. Ach. So. Dann nehmen wir doch die Schnellreise von hier aus. So. Direkt oben. An die Brücke nach Gertrolde. Ja, also manche hier mögen uns, ne. Weil wir halt einen Riesen getötet haben zusammen mit Yalmar und Ceres geholfen haben. Und außerdem super Faustkämpfer sind. Und andere Leute verabschollen uns einfach, weil wir diesen heiligen Haien eben zusammen mit Jennifer geschändet haben. So, wo geht's denn hier aufwärts? Ich muss irgendwo eine Treppe nach oben gehen. So. 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 Ja, hoffentlich ist er auch nützlich. Also so ganz scheint es ihm dann doch nicht zu vertrauen. Der Kamin ist einfach richtig cool. So, dann müssen wir noch mit Yalma reden und mit Krach. Schau mal, Yalma wohnt hier gleich nebenan. Wer weiß, wer weiß. Schau mal, Yalma wohnt. Schau mal, Yalma wohnt. Glücklich sah er aber nicht gerade aus. Und Charaktereintrag visualisiert und 40 Erfahrungspunkte haben wir erhalten. Schauen wir mal. Yalma an Crate. Na, da ist er doch. So. Ah. So, dann reden wir noch mit Krach. Mal sehen, ob er uns vielleicht auch einen Kontingentkrieger zur Seite stellen mag. Und dann haben wir tatsächlich eine ganz gute Streitkraft. Streit macht. Ähm. Versammelt. Dijkstra hilft uns nicht. Gut, mit dem haben wir uns noch nie so richtig gut verstanden. Ähm. Das ist in Ordnung. Und M hier hilft uns auch nicht, weil er natürlich seine eigenen Bedingungen durchboxen möchte, die uns dann natürlich zuwider laufen. Nämlich, äh, er möchte Ziri nach, äh, Temerien, wie heißt denn, nach Vizima bringen. Das finde ich voll lieb von dir. Cool. Ja, mal sehen, ob wir da was machen können. Das ist ein Massaker während der Feast. Was ist etwas Neues? Dank dir und Ceres wissen, wer ist zuständig. Das ist genug für mich. Ich werde nicht versuchen, die Berserkers zu holen? Sie waren nur die Hand, Wolf. Ich würde lieber die Hand, die schweig die Schwung, als nur die Stil. Okay. Du bist so? Die erste Frau, die erste Frau zu regieren, Skellige. Sie werden eine gute Frau. Sie wissen, was sie will. Ja? So, was sie will? Sie umsetzen, alle von Skellige Klans. Eine schwierige Aufgabe. Niemand hat es nie geschafft. Aber Ceres ist zufrieden. Dann ist sie langfristig. Denkst du, sie wird zufrieden? Sie hat einen starken Alli. In mir. Super. Dann hilfst du mir mal. Das ist nicht einfach. Aber ich muss dich fragen. Eine große Sache. Sag mir, Freund. Siri. Ich weiß, wo sie ist. Aber ich weiß auch, dass als ich sie reache, die Wildhunt will wissen, dass ich es getan habe. Sie kommen nach uns. Sie kommen nach uns. Und wir brauchen zu reagieren. Und wir brauchen zu reagieren. Kann ich auf dich? Die Blacken sind erst. Jetzt Wraiths. So ist das Leben. Bring sie hier. Und wir werden sie in der Krieg. Nein. Was ist das mit den Nilf-Guardians? Lass uns schaue. Schaue nach. Schaue nach. Und du siehst ihre Sonne auf dem Seil. Sie schreit richtig zurück. Wir haben noch nie zu erledigen. Wir haben noch nie zu erledigen. Aber nur ein Böder wundern würde nicht wissen, dass sie etwas planen. Aber schau nicht. Wir werden die Blacken und die Wildhunt verhindern. Zwei Böder. Mit einem Skellige. Mit einem Arx. Also, der Heimler hilft uns. Muss reichen. Wohin denn? Ich werde dich nicht öfters lassen lassen. Ich werde helfen, wie ich kann. Komm mit mir. Ja, wohin denn? Ein Schweer... Ja, was? Nein, das ist ernsthaft. Ich kann das nicht nehmen. Du kannst, du musst. Ich mache das wenig, zumindest. Wenn du zuerst. Danke. So, abgeschlossen. Begib dich auf ein Boot, um zur Nebelinsel direkt zu fahren. Und wir haben Witter drin erhalten. Und Waffenbrüder Skellige abgeschlossen. Schauen wir mal direkt. Da haben wir sie. Nirgends auf der Welt sind die Krieger tapferer als auf Skellige. Daher machte Geralt sich auf den Weg zu den Inseln, um weitere Verbündete gegen die wilde Jagd zu sammeln. In jenen Tagen war ganz Skellige mit der Frage der Thronfolge beschäftigt. Geralt bezweifelte, dass er überhaupt jemanden für seine Sache würde gewinnen können. Doch er verließ die Inseln nicht mit leeren Händen. Seine wahren Freunde ließen ihn nicht im Stich. Ja, so viel haben wir nicht gerissen auf jeden Fall, ne? Wir gucken mal. Nach langer Suche war Geralt nur noch einen Schritt von seinem Ziel entfernt. Avalach hatte Ciri auf der magischen Nebelinsel vor der wilden Jagd versteckt. Dort konnte man nur gelangen, wenn das Schicksal einen für würdig befand. Oder indem man einem magischen Glühwürmchen folgte, was die entschieden einfachere Option darstellte. Geralt machte sich also bereit, zur Insel zu segeln und Ciri zurückzuholen. Ich würde aber vorher gerne nochmal nach Kermor hin zurückkehren. Wie gut ist denn das Schwert? Es ist eine Stahlwaffe. Nicht so gut wie unsere Waffe scheinbar. Rüstungsdurchbohrung und kritischen Kräfferbonus. Außerdem Chance auf Einfrieren. Ist schon nicht schlecht. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Winterklinge tun wir wahrscheinlich in der Kiste. Chance auf Einfrieren gegen die wilde Jagd. Ich weiß nicht, ob das unbedingt hilft, muss ich sagen. Weil die ja selber... Ähm... Geister sind. Äh, nein. Tälte mit sich bringen. Also weiß ich echt nicht, ob das da hilft. So, haben wir irgendwie ein Geisteröl oder sowas? Obwohl, die Hunde der wilden Jagd, die sind Konstrukte, ne? Also sollten wir vielleicht lieber ein Konstruktöl auftragen. So, ja, das war ein bisschen unergiebig hier. Der Almar kommt mit. Wir haben ein Schwert bekommen, das wir wahrscheinlich nicht benutzen werden. Hier ist abgeschlossen. Okay. Kommen wir wieder raus. Ah, Trappe. Hähm... 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 Also ein bisschen mehr hatte ich mir schon erhofft. Es ist wahr. Nicht in den Legenden. Du hast keinen Respekt für unsere Kosten. Nicht den weh, oder den Wäldern, Yenifer! Du! Ja, ich hab mich gerade verlaufen, aber ich bin dumm. Ja. Blöd, wenn man über alles andere nachdenkt und da nicht aufpasst. Oh, da ist ein Gallop. Begib dich auf ein Boot. Also da können wir uns ein beliebiges Boot nehmen. Wie gesagt, nach der Moor hin würde ich gerne noch mal zurück. Wir gucken, ob wir Trista treffen. Wir gucken, ob wir Trista treffen. Der Dolven-Mage würde Ciri die Hunde entfernen. Dann hat sie weggelegt, auf der Isle der Misten. So, wir gucken wenigstens mal kurz nach, ob sich hier alle schon eingefunden haben oder wie oder was oder wann oder wo. Ja, jetzt Verteidigungsanlage ist das Ding wirklich hervorragend angelegt, muss man sagen. Ja, Eskil ist da. Okay. Hier liegt immer noch das Ekelvieh auf den Tisch. Da ist Jennifer. Lambert. Nee, aber ansonsten, ne, Wesemir. Unsere Gäste sind tatsächlich noch nicht da. Hm, Schweinerei. Oh gut. Und was soll man machen? So, legen wir die Winterklinge ab. Nein, wir nehmen die mit. Na, vielleicht brauchen wir die unterwegs mal. So, ja, Zeitverschwendung hier wieder ein bisschen, meinerseits. Tut mir leid, Leute. Ach so, Scheiße. Ernsthaft? Nein. Oh Gott. Wo haben wir denn zum letzten Mal gespeichert? Ach hier, ein Autospeichertstand, nachdem wir schnell gereist sind. Perfekt. Dann können wir nämlich direkt nach... Das ist ja hier zurückreisen. Hm. Und da werden wir nicht von Ranweg ausreisen, sondern natürlich von Kertrolde. Ich meine, wenn schon, denn schon. Richtig? Richtig. Ja. So, Hafen von Kertrolde. Das ist ja hier. Tja und hier haben wir Boote zur Auswahl auf jeden Fall, welches wollen wir denn nehmen? Macht das einen Unterschied? Vielleicht das hier, das sieht so gut aus, das nehmen wir ab, wir haben bestes Reisewetter, allerdings schaue ich gerade auf die Uhr und ich schätze mal es wird jetzt eine längere Zwischensequenz geben und da fangen wir einfach beim nächsten Mal an, wenn wir hier aufs Boot steigen und uns dann zur Nebelinsel begeben, ich freue mich schon drauf, ihr euch hoffentlich auch, danke fürs Zuschauen wie immer, ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels, macht's gut und bis dann, ciao!